Die besten Bluetooth-Lautsprecher im Vergleich 2022 Mittlerweile gibt es so viel Auswahl an kabellosen Lautsprechern, dass man sehr schnell den Überblick verlieren kann. Deshalb haben wir für euch einen Lautsprecher-Vergleich gemacht und zeigen euch, worauf ihr beim Kauf achten müsst. Wichtig ist, vorher selber zu entscheiden, was euch wichtig ist. Wollt ihr einen satten Bass- oder weichen Sound? Wie lang soll die Akkulaufzeit sein und ist es euch wichtig, wie lange der Bluetooth-Lautsprecher zum Aufladen braucht? Außerdem gibt es verschiedene Optionen, wie zum Beispiel die WLAN-Funktion, eine Freisprecheinrichtung oder die Möglichkeit, mehrere kabellose Lautsprecher zu einem Stereo-System umzufunktionieren. Die nächste Frage, die man sich stellen kann, ist, ob das Gerät wasserabweisend sein soll oder nicht. Auch sehr wichtig für den Kauf ist, wie groß und wie gut transportierbar soll die Box sein. Die Lautstärke könnte für euch auch eine Rolle spielen. Je größer der Bluetooth-Lautsprecher, desto lauter ist er. Allerdings muss das nicht immer auch besser heißen. Das Letzte, worauf ihr noch achten solltet, ist, welche Bluetooth-Version er hat. Alles unter 4.0 ist nicht sonderlich gut. Fangen wir an mit dem günstigsten Modell. Sony SRS-XB23. Speziell dieser hier ist ein Extra-Bass-Lautsprecher, dadurch bekommt ihr einen tieferen, satteren Klang. Durch seine Größe und dadurch, dass er wasserabweisend, auch staubfest ist, kann man ihn einfach und unkompliziert überall hin mitnehmen. Sein Gewicht beträgt gerade mal 580 Gramm. Er verfügt auch über einen Party-Connect-Modus, wodurch ihr ihn mit weiteren Lautsprechern verbinden könnt. Die Akkulaufzeit beträgt 12 Stunden, 10 Stunden mit dem Extra-Bass-Modus. Dazu kommt noch, dass der Lautsprecher die neueste Bluetooth-Version und zwar 5.0 hat. Alles in allem ein guter Lautsprecher für einen günstigen Preis von nur 90 Euro. Weiter geht es mit Dockin D-Fine. Auch dieser Lautsprecher ist für drinnen wie draußen geeignet. Er ist robust, staub- und wasserfest. Diese Box wiegt zwar 1,9 Kilogramm, ist aber sehr leicht überall hintransportierbar. Durch die etwas größere Größe hat dieser Lautsprecher ordentlich Power, gute Lautstärke und auch starken Bass. Seine Bluetooth-Verbindung ist 4.0, also nicht die allerneueste Version, aber immer noch ausreichend genug. Er hat keine Sprachbedienung, ist aber einfach mit Alexa oder ähnlichen zu verbinden. Die Docking D-Fine hat keine Stereo-Funktion, also kann sie sich nicht mit anderen Lautsprechern verbinden. Kommen wir wieder zu etwas Positivem. Sie hat über 10 Stunden Akkulaufzeit und dient sogar noch als Powerbank fürs Handy. Im Großen und Ganzen ein sehr solides Objekt, mit mehr Vor- als Nachteilen für einen sehr guten Preis von 110 Euro. Nummer 3, der Bose Soundlink Color Bluetooth Speaker 2. Er ist nur ein wenig teurer als die anderen beiden, dafür hat er nicht nur mehr Funktionen, sondern auch einen sehr schönen Sound. Er ist wasserabweisend, wiegt 540 Gramm und kann überall mit hingenommen werden. Dazu kommt, dass es Sprachansagen gibt, was die Bedienung super einfach macht. Auch ein integriertes Mikrofon hat dieser kabellose Lautsprecher, er kann also als Freisprecheinrichtung benutzt werden und hat auch Zugang zu Siri oder Google Now. Der Bose-Speaker verfügt über eine Stereo-Funktion, was bedeutet, dass ihr ihn mit anderen Bose-Lautsprechern verbinden könnt. Das Einzige, was hier schlechter ist als beim vorherigen, ist, dass die Akkulaufzeit nur 8 Stunden beträgt. Dafür hat er aber einen spitzen Klang. Auch dieser hat Bluetooth 5.0. Preis aktuell 120 Euro. Weiter geht's mit dem JBL Charge 5. Dieser Lautsprecher ist auch ein eher etwas größerer, allerdings könnt ihr auch diesen sehr gut transportieren. Mit seinen 900 Gramm ist er ziemlich leicht. Die JBL Charge 5 ist staub- und wasserfest, kann also auch mit zum Strand genommen werden. Eine Stereo-Funktion mit bis zu zwei weiteren Lautsprechern ist möglich. Durch zwei Bass-Radiatoren und einem separaten Hochtöner entsteht ein wirklich sehr schöner und für den Preis angemessener Sound. Der Bluetooth-Lautsprecher hat eine unglaubliche Laufzeit von 20 Stunden und eine Powerbank-Funktion, um euer Handy zu laden, womit er die Konkurrenz aussticht. Diese Box ist auf der neuesten möglichen Bluetooth-Version. Der Preis von 150 Euro ist hier völlig angebracht. Weiter machen wir mit der Marshall Acton 2. Mit diesem Lautsprecher kommen wir zu dem ersten, wo nicht nur der Klang, sondern auch das Design sehr schön ist. Er ist im klassischen, vintage angehauchten Design aufgebaut. Auch dieser ist ein eher mittelgroßes Modell, wobei ihr es trotzdem problemlos in einer Tasche mitnehmen könnt. Mit 2,85 Kilogramm ist dieses Gerät das bisher schwerste. Wenn wir zu den Funktionen kommen, gibt es ein paar Mankos. Er hat keine Stereo-Funktion, ist nicht wasserfest und besitzt auch keinen Akku. Dieses Gerät ist also eher dafür gedacht, es im Innenbereich zu benutzen. Ich empfehle ihn nur Menschen, die damit zu Hause Musik hören oder Filme gucken möchten. Der Sound ist besser als aller vorherigen Bluetooth-Lautsprecher. Die Bluetooth-Version, die er hat, ist 5.0. Preis 200 Euro. Und unser letzter Lautsprecher, der Bang & Olufsen Beolid 20. Kommen wir zu dem teuersten, aber auch lautesten Lautsprecher aus dieser Serie. Der Bang & Olufsen Beolid 20 hat eine relativ geringe Akkulaufzeit von 8 Stunden. Mit seinen 2,7 Kilogramm ist er ein eher etwas schwererer Lautsprecher. Er ist wasserfest und somit für alle Einsatzzwecke geeignet. Das Besondere an diesem Lautsprecher ist, dass ihr euer Handy mit QI-Technologie aufladen könnt. Das bedeutet, dass ihr euer Handy kabellos aufladen könnt, indem ihr es auf die Box drauflegt. Der Lautsprecher dient also auch als Powerbank. Er hat die neueste Bluetooth-Version und kann auch mit einer weiteren Box verbunden werden. Kommen wir zu dem Sound. Der Sound ist wirklich einzigartig gut. Dieser Bluetooth-Lautsprecher wird sehr laut ohne zu verzerren und ohne Qualität zu verlieren. Ich empfehle diesen Lautsprecher jedem, der auf futuristische Funktionen steht und dem Sound auch in besonders hoher Lautstärke wichtig ist. Preis? 370 Euro. Fazit. Welcher ist nun der beste? Nun, das kommt ganz darauf an, was ihr braucht. Vom Sound und den Funktionen her ist der letzte der beste. Allerdings ist dieser auch recht teuer. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ist mein Gewinner die JBL Charge 5. Sie hat alle Funktionen, eine super lange Akkulaufzeit und kann an vielen Einsatzorten benutzt werden. Der Sound ist auch super. Wer nur zu Hause Musik und Filmerlebnisse wahrnehmen möchte und auf ein schönes Design nicht verzichten kann, der sollte sich für Marshall Acton 2 entscheiden. Alle Lautsprecher sind in der Videobeschreibung zu finden. Schaue dort jetzt mal vorbei, um deinen Favoriten zu einem günstigen Preis zu kaufen oder um dich weiter über die Lautsprecher zu informieren. Welcher ist dein Lieblings-Lautsprecher? Schreibe es in die Kommentare. Bei Fragen helfen wir gern in der Kommentarsektion weiter. Wenn das Video geholfen hat, dann lasse doch jetzt gerne ein Abo da und teile das Video mit deinen Freunden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald! Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!